4. Februar, zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Heute mit Pascal Meiser, er ist Bundestagsagbohlen aus Berlin für die Linke. Und wir sind bei dem Thema Mieten, das alle eigentlich beschäftigt in dieser Stadt. Und die Frage ist, wenn das Volksbegehren durchkommt, Artikel 15 Grundgesetz, Enteignung der Wohnungsbaugesellschaft, gegen Entschädigung steht ausdrücklich drin im Grundgesetz. Das kostet doch Milliarden. Die hat doch die Stadt gar nicht. Wie soll das gehen? In der Tat, das Volksbegehren, das da von vielen Mieterinitiativen gestartet wurde, bewegt sich da auf Grundlage des Grundgesetzes, also gegen Entschädigung. Die entscheidende Frage ist aber, wie diese Entschädigung zu berechnen ist. Und das Grundgesetz sieht ja jetzt nicht vor, dass der volle Marktwert, sagen wir, erstattet werden muss. Da steht das nicht drin. Da steht das nicht drin. Und deswegen ist die genaue Höhe der Entschädigung einzelgesetzlich zu regeln, also durch das Abgeordnetenhaus in Berlin. Und natürlich wird es eine politische Diskussion sein, was man an Entschädigung zahlt. Für uns ist aber klar, dass der spekulative Wert, den jetzt zum Beispiel die Deutsche Wohnen in ihren Bilanzen ausweist, nicht das ist, was wir denen überweisen wollen. Also das bringt dann auch nichts. Tatsächlich, wenn man denen das Geld, was sie sozusagen haben wollen, muss sie die Hand offen haben. Also das ist nicht unser Ansatz. Da haben wir ja auch durchaus in der Koalition jetzt in Berlin unterschiedliche Positionen. Herr Müller hat ja erfreulicherweise auch sich öffentlich geäußert jetzt unter dem Druck dieser Initiative von unten und hat gesagt, er will auch, dass die Deutsche Wohnen einen Teil ihrer Bestände verkauft an die öffentliche Hand. Aber das wäre dann natürlich zum Marktwert. Und das ist was, wo wir sagen, da wird es hinten und vorne nicht reichen. Wir wollen tatsächlich, dass es unterhalb des Marktwertes ist. Da müssen wir über eine Wertbestimmung sprechen. Aber sie wird deutlich darunter liegen. Aber natürlich, ich will da gar nicht dran vorbeireden, reden wir da immer noch über Milliardenbeträge immer noch an dieser Stelle. Wir haben jetzt heute, in der Berliner Zeitung war ja zu lesen, dass man von so einem, sagen wir mal, Marktwert von um die 13 Milliarden Euro bei der Deutschen Wohnen für die Berliner Bestände rechnet. Wenn wir das sozusagen runterrechnen und sagen, also das kriegen sie jetzt nicht, diese Spekulationsgewinne, die kriegen sie nicht, werden wir immer noch in einem wahrscheinlich höheren, einstelligen Milliardenbetrag uns bewegen. Und dann wird es so sein, dass ein Teil davon tatsächlich unmittelbar gezahlt wird. Und der Rest wird, wie das bei jedem anderen Immobilienkauf auch ist, über Kredite entsprechend zu finanzieren. Also wenn ich das mal so ganz naiv und ich glaube sehr realistisch sage, dann wird das noch zehn Jahre mindestens dauern, bis denn der Artikel 15 vielleicht umgesetzt wird, wenn überhaupt. Denn ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die Wohnungsbauunternehmen sagen, jawohl, wir verzichten auf unsere Marktwirtschaft. Wie kommt ihr dazu, zu sagen, ihr kriegt nur ein Drittel? Aber das ist alles Spekulation, da reden wir darüber, wenn das Volksbegehren durch ist. Aber das ist eine lange Auseinandersetzung, da haben Sie recht. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt auch solche Sachen auf die Tagesordnung setzen. Ein anderes Thema, in Ihrem Wahlkreis gibt es ganz viele kleine Läden. Und wenn ich da spazieren gehe, dann stelle ich fest, den Laden gibt es plötzlich nicht mehr. Und den gibt es nicht mehr. Das heißt, da ist so ein seichtes Sterben. Was tun Sie dagegen, wenn Sie was dagegen tun als Politiker? In der Tat. Also die Situation der kleinen Gewerbetreibenden ist eine Sache, die ist lange so im Schatten gewesen. Da hat kaum jemand drüber geredet. Und gerade bei mir in Kreuzberg, aber auch in Teilen von Friedrichshain erleben wir das. Eigentümer wollen von heute auf morgen die dreifache Gewerbemiete. Das kann ein kleiner Ladeninhaber nicht bezahlen. Und das ist dramatisch. Woran liegt das? Liegt das am Gewerberecht, dass Gewerbemieten beliebig erhöht werden dürfen? In der Tat. Also wir haben gerade übersprochen, bei den Wohnungsmieterinnen und Mietern gibt es Regeln, die sind viel zu schwach und unzureichend. Die müssen wir schärfen, um die Mieterinnen und Mieter zu schützen. Bei den kleinen Ladeninhabern, bei den Gewerbemieterinnen und Mietern gibt es überhaupt kein oder fast kein gesetzliches Rahmen. Das wissen die wenigsten. Das wissen die wenigsten. Und das wissen dann auch die Gewerbemieter in dem Moment erst, wenn es sie trifft. Eigentlich, sie stehen völlig schutzlos. Es gibt keinerlei Regelung, zum Beispiel zu Mindestvertragslaufzeiten. Also wenn ein Eigentümer in einer starken Verhandlungsposition ist, du kriegst nur einen Mietvertrag für zwei Jahre für deinen kleinen Laden und in zwei Jahren verhandeln wir die Miete wieder neu. Und der kann im Grunde die Miete komplett dann neu festlegen. Und wenn da jemanden findet, der… Das ist doch uralt Kapitalismus. Das ist das große Kapital gegen die kleinen Gewerbetreibenden, gegen die kleinen Unternehmer. Das ist ein Konflikt. Das ist ja nicht so, dass… Und da muss man dann auch Position beziehen. Das ist ja das Absurde. Wir haben ja Parteien wie die CDU, die mal gesagt haben, wir stehen an der Seite der kleinen Unternehmer. Und in dieser Frage, wo es um das große Immobilienkapital gegen die kleinen Unternehmer geht, nehmen sie Position für das große Immobilienkapital. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich irgendwas in den letzten zwei Jahren gelesen habe. Und auch davor, dass die große Koalition bereit ist, das Gewerberecht, das Gewerbemietrecht entsprechend zu novellieren. Warum nicht? Da haben Sie völlig recht. Ich sagte, dieses ganze Thema spielt bisher ein noch größeres Schattendasein. Und wir haben jetzt angefangen, gleich zu Beginn der Legislatur, weil bei mir im Wahlkreis das Problem so dramatisch ist, auf die Tagesordnung zu setzen. Ich hatte gleich zu Beginn den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags, was eine unabhängige Unterstützung für uns Abgeordnete ist, beauftragt, mein Gutachten zu erstellen, ob es überhaupt möglich ist, auf Bundesebene gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Gewerberecht, Kommunalrecht oder Landesrecht? Das ist Bundesrecht. Das ist genau wie das Mietrecht im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und eben so gut wie bisher nicht geregelt, aber es könnte dort viel besser geregelt werden. Und die sagen, es kann geregelt werden, da muss man bestimmte Bedingungen beachten, wie immer, dass es auch nicht überzogen ist und so weiter, der Eigentümer, das Haus, das geht und das muss passieren. Wir müssen Regeln haben, dass die Mieten für Gewerbemieter nicht von einem auf den anderen Tag verdreifacht werden können. Ich habe bei mir, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Cottbusser Damm zwischen Kreuzberg und Neukölln, so einen kleinen Modeladen, Kamilmoden. Das ist ein pakistanischer... Aber der ist in Ihrer Nähe, das ist nicht Ihrer. Nein, ich habe genau, also es ist nicht meiner, ich habe keine Nebenbeschäftigung neben meinem Bundestagsmandat. Nein, das ist ein kleiner Gewerbetreibender, pakistanisch stämmig, seit Ewigkeiten da, seit 17 Jahren betreibt er diesen Laden, vorher arbeitslos geworden, hat sich selbstständig gemacht, seine Familie lebt davon. Und die haben von heute auf morgen einen Mietvertrag gekündigt bekommen, weil der Eigentümer sagt, ich kann jetzt das Dreifache nehmen, das Dreifache. Und der entsprechende Inhaber sagt... Dagegen ist man schutzlos? Ja, ist man schutzlos, rechtlich ist man schutzlos. Man kann sich wehren natürlich, wenn man das auch öffentlich macht, wenn man Proteste organisiert und letztlich versucht auch den Eigentümer davon zu überzeugen, dass er vielleicht von seinem Ansinnen zurücktritt. Aber rechtlich ist der Inhaber völlig schutzlos und da hängt eine ganze Familie dran. Der geht in ein paar Jahren eigentlich, soll der in Rente gehen, der wird keine Chance mehr haben, irgendwo was zu finden. Der wird mit seiner Familie in Hartz IV stürzen und der will das nicht. Und das nur, weil ein Eigentümer die Miete vertreibt. Haben Sie denn als Linkspartei eine Initiative im Bundestag gestartet? Wir haben... Kleine Anfrage oder wie macht man sowas? Wir sind in der Opposition im Bundestag, wir haben verschiedene Instrumente. Also da haben wir gleiche Rechte, wie die, die in der Regierung sind. Ich sagte ja, das erste, was wir gemacht haben, war so ein Gutachten überhaupt mal aufsitzend zu sagen, weil alle haben immer gesagt, da kann man nichts machen. Und jetzt sieht man, man kann was machen. Das ist eine Frage des politischen Willens. Und wir thematisieren das immer wieder. Und wir werden auch dazu einen konkreten Vorschlag jetzt unterbreiten. Wir haben parallel dazu, hier aus Berlin, wo wir eine rot-rot-grüne Landesregierung haben, eine erste Bundesratsinitiative, die vom Bundesrat auch beschlossen wurde. Mit der dann die Bundesregierung aufgefordert wird, dazu einen Gesetzesentwurf und Vorschläge vorzulegen. Ich habe vor kurzem nachgefragt, aber der Beschluss des Bundesrats stammt aus dem Herbst. Ich habe bei der Bundesregierung nachgefragt. Die Bundesländer in Prüfung. Also wir wollen es nicht übertreiben. In Arbeit ist da noch gar nichts. In Prüfung. Ich bin sehr gespannt, was die Bundesregierung sagt. Weil klar ist, letztlich wird es nur gehen, wenn es Teile der Großen Koalition auch irgendwie als Thema aufgreifen und aktiv werden. Und da werden wir die weiter drängen in der Legislatur. Das bin ich den Leuten bei mir im Wahlkreis in jedem Fall schuldig. Na ja, bis zur nächsten Legislatur würde ich ja nicht mehr warten. Die beginnt ja erst in drei Jahren. Also gibt es denn da nicht so eine größere Koalition, auch im Bundesrat, die sagen, das Gewerbemietrecht müssen wir wirklich ändern. Weil da sind ja, wie bei den Mieten, auch eine Unzahl von Menschen betroffen. Und wenn das so wirklich rechtlos ist, dann halte ich das ja für skandalös. Ja, also der Bundesrat hat die entsprechende Initiative aus Berlin ja auch beschlossen. Also im Bundesrat aus den Bundesländern scheint es da ein Problembewusstsein zu geben. Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Vorstellungen, wie man das Problem löst. Bei der Bundesregierung ist dieses Problem bis dato nicht angekommen gewesen. Aber wir werden in dieser Legislaturperiode, also jetzt in den verbleibenden zwei, zweieinhalb Jahren, werden wir auf jeden Fall da richtig Druck machen. Das kann ich versprechen. Im Herbst sitzen wir wieder hier und dann werde ich abfragen. Sehr gerne. Was Sie gemacht haben. Sehr gerne. Ob das auf den Weg gekommen ist. Was bedrückt Sie sonst noch diese Woche und in den nächsten Wochen, ganz aktuell aus Ihrem Wahlkreis? Was bedrückt die Wählerinnen und Wähler? Was wollen die von Ihnen? Ich will eigentlich nur über den Wahlkreis reden, weil natürlich als Berliner hat man immer so einen Blick in ganz Berlin. Ich war letzte Woche Freitag und das werde ich auch in den nächsten Tagen nochmal weiterverfolgen bei Infineera. Das ist in Spandau. Das ist so ein Hightech-IT-Telekommunikationshersteller. Die sollen innerhalb kürzester Zeit von ihrem neuen Erwerber jetzt dicht gemacht werden. Das sind 400 Arbeitsplätze, die auf dem Spiel stehen. Wer ist der neue Erwerber? Infineera. Wer ist der neue Erwerber? Infineera ist der neue. Vorher hieß es Koriand. Koriand-Gruppe. Das war mal Nokia Siemens Networks. Also es hat eine lange Berliner Vorgeschichte. 400 Beschäftigte. 400 Beschäftigte ungefähr. Natürlich mit den Familien, die da dranhängen. Es wurde da übernommen Ende letzten Jahres. Und zu Beginn des neuen Jahres hat der neue Erwerber zu völligen Überraschungen der Belegschaft angekündigt, der Standort soll im September dicht gemacht werden. Obwohl der Standort wirtschaftlich absolut sauber ist, gut läuft. Und wollen die Produktion auslagern, gar nicht mehr selber produzieren und künftig in Thailand produzieren. Und das mit Sachen, die hoch sicherheitsrelevant sind. Und da sind Sie jetzt dabei. Wir sind halt am Ende der Sendung und wir setzen dieses Gespräch fort. Nehmen wir auch auf die Wiedervorlageliste. Wenn Sie das nächste Mal hier sind, werden wir danach fragen, was geworden ist, was nicht, was passiert. Aber da zeigt sich wieder, dass viele Dinge in dieser Stadt geschehen, die eigentlich nicht geschehen sollten. Ich komme gerne wieder. Und deswegen sitzen Sie hier. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Pascal Meiser, Bundestagsag von der Linken. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie die Sendung nochmal sehen wollen, auf YouTube. YouTube, TV Berlin, Bundestag. Vielen Dank und bis nächste Woche Montag, wie immer, 20.15 Uhr. Bis dahin, danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.